Ich bin Katlin Krause. Ich kandidiere für den Lehrerbezirkspersonalrat im Schulamtsbereich Rostock. Nicht erst seit Corona, aber nun umso mehr, sollen wir stets und ständig erreichbar sein. Die Arbeitsbelastung ist viel zu hoch. Ich arbeite in Teilzeit, weil ich mehr Zeit für mich und meine Tochter möchte. Dafür, dass Teilzeit wirklich unsere Zeit bleibt und nicht vom nicht messbaren Teil unserer Arbeit verschlungen wird. Und für mehr Gesundheitsschutz trete ich ein. GEW wählen für Respekt. Deine Stimme zählt.